In Burkina Faso wächst die Bevölkerung mit 3,7% pro Jahr rasend schnell. Isaka ist ein vermögender Mann und hat drei Ehefrauen. Diese bewirtschaften seinen Hof und schenken ihm Kinder. So viele er will. Die Versorgung und Ernährung von Mann, Kind und Alten liegt aber vor allem auf den Schultern der 20-jährigen Alima und ihre Kinder. Sie sind in ihrer beiden Mitfrauen. In Wirklichkeit machen wir einfach alles. Alima ist im sechsten Monat schwanger, aber es gibt kein Pardon. Sie muss Wasser holen. Ihr Risiko, bei der Geburt zu sterben, ist höher als in jeder anderen Region der Welt. Bei jungen Frauen in Westafrika ist der Tod im Kindbett die häufigste Todesursache. Während der Schwangerschaft muss ich genauso gut arbeiten wie sonst, auch wenn es hart ist. Sonst schimpft mich mein Mann faul, mein Schwager schimpft mich faul und meine Mitfrauen auch. Um die Haltung der Männer zu ändern, hat das schweizerische Hilfswerk Enfants du Monde einen Schwangerschaftskurs für Männer angeboten. Und diese sind tatsächlich hingegangen. Seither ist vieles anders. Vor dem Schwangerschaftskurs haben wir das wie gläubige Moslems gesehen. Also wir wussten gar nicht, dass eine schwangere Frau, die körperlich hart arbeitet, sich innerlich verletzen könnte oder sogar bei der Geburt sterben. Für die Nachbarsfrau Aisha sind diese Informationen zu spät gekommen. Vor drei Tagen hat sie ihr Kind bei der Geburt verloren. Die Nabelschnur hat es sich um das Kind gelegt. In der Weiterbildung hat Isaka erfahren, wie wichtig es für seine Frau ist, dass er sie zu den Schwangerschaftsuntersuchungen ins Mütterzentrum begleitet. Dort sprechen sie mit der Hebamme auch über eigentliche Tabuthemen wie Aids, Verhütung oder Familienplanung. Seit 2006 ist in Burkina Faso die Mütterversorgung in allen Spitälern des Landes gratis. So möchte man die Kinder- und Müttersterblichkeit senken. Gerade ist ein Kind geboren. Es ist gesund. Ein anderes ist in Gefahr. Die Mutter hat Malaria, das Baby ist schwach. Die Schwester will es in die Hauptstadt verlegen lassen, doch der spitaleigene Krankenwagen ist ausser Betrieb. Die Zeit drängt. Die Ambulanz ist gratis, aber die Medikamente müssen dann die Eltern selbst bezahlen. Als die Ambulanz endlich kommt, ist es zu spät. Das Kind hat bereits aufgehört zu atmen. Die Mutter nehmen sie ins grössere Kreisspital mit. Heute, nach seiner Weiterbildung, entlastet Isaka seine Frau oft bei den schweren Arbeiten. Danke. Ich liebe diesen Kuss. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020